Hier kommt dann meine Wohnwand hin, wo ich dann einen fetten Fernseher hier oben habe. Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einem neuen Real-Life-Video auf meinem Kanal. Und zwar ist das heute meine Room-Tour. Ich sitze jetzt hier noch ganz schnell, weil ich euch noch ein paar Informationen mit auf den Weg geben möchte. Und zwar ist das auch das erste Video auf meinem Kanal mit der Canon Legrea Mini X. Ich weiß nicht, wie der Ton ist. Ich weiß nicht, wie das Setting hier ist mit den Einstellungen und so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich die jetzt gerade auf so einem Mini-Stativ, das ich mir übrigens in Italien gekauft habe. So ein ganz billiges. Bei den Leuten am Strand hier mal kommen. Lucky, lucky. Und da habe ich mir einfach das Stativ für, ich weiß gar nicht, 5 Euro oder so gekauft. Auf jeden Fall, es war nicht teuer. Und ja, also ich sitze jetzt hier gerade auf so einer Werkstufe, womit man halt dann malen kann und so. Zeige ich jetzt die Room-Tour. Das ist auch ein Teil des 25.000 Abonnenten-Specials. Der Rest des 25.000 Abonnenten-Specials wird noch sein. Ein 24-Stunden-Livestream und so weiter. Und eine Verlosung natürlich auch noch. Und so weiter und so fort. Also wenn euch das gefällt, wir uns ein Däubchen noch sehr, sehr freuen. Und wenn euch hier die Room-Tour dann gefällt. Und es ist bei weit noch nicht alles fertig. Ich habe jetzt auch gerade die Softbox noch nicht offen, weil ich meine, es ist noch Tageslicht hier. Deswegen nicht wundern, wegen der schlechten Überlichtung. Also wie gesagt, Kendeleka BDX ist jetzt meins. Ich habe den Akku jetzt vollgeladen. Und ich sehe hier gerade, ich habe noch 8 Stunden und 20 Minuten Videomaterialplatz. Das heißt, einige Vlogs. Und was ich halt jetzt demnächst machen möchte, ich möchte wirklich jeden einzelnen Tag einen Vlog machen. Das ist mir irgendwie wichtig. Keine Ahnung. So. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der Room-Tour. So. Gut, Leute. Jetzt seht ihr, wie gesagt, noch mich. Aber gleich seht ihr den Traum. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Und zwar ist das hier die Sicht von der Tür. Also wie ihr seht, ist hier hinter mir die Tür. Hier kommt man einfach rein. Und bitte nicht vergessen, das Zimmer ist noch im Aufbau. Das heißt, es geht erst dann richtig los. Ihr seht jetzt quasi meine Sicht, Ego-Perspektive und so. Und zwar, wenn man in den reinen Raum kommt, sieht man eigentlich schon fast den ganzen Raum. Und zwar haben wir hier einmal mal ein schönes Bett. Ich habe übrigens die Möbeln hier alle ganz allein aufgebaut. Deswegen, großes Lob an mich. Obwohl beim Bett hat mir ein Freund geholfen. So. Also wie ihr seht, hier haben wir ein schönes Bett. Hier, das hat auch so Läden. Zum Beispiel kann ich euch das hier zeigen. Und zwar kann man die hier einfach öffnen und schließen. Das ist halt echt ein guter Stauraum. Hier kommt noch irgendwas hin für die Wand, damit ich dann da mein Handy laden kann. Weil wie ihr seht, hier steckt hier einfach noch so mein Ladekabel da drin. Das ist natürlich nicht so gut. Dann gehen wir hier einfach wieder weg. Und haben hier einen großen, schönen Schrank. Den Schrank habe ich übrigens auch selber aufgebaut. Und jetzt könnt ihr noch reingucken, weil jetzt ist noch alles geordnet. Hier sind erst ein paar Dinger, weil das andere, ich brauche noch Kleiderhaken und so. Also wie ihr seht, geht alles ganz easy. Hier kann man öffnen und es wieder schließen. So, perfekt. Dann haben wir hier auch so eine Glastür. Die können wir ebenfalls öffnen. Und dann haben wir halt hier drin so Hosen. Da oben haben wir bei Ikea vergessen einzukaufen. Fehlen noch so hier oben noch so eine Platte. Hier drüber noch eine Platte. Und hier unten noch. Also unter dem Ding hier. Ja, da fehlen halt noch so ein paar Dinge. Aber das wird alles auch noch werden. So, also wie gesagt, jetzt habt ihr schon mal das Bett und die Hälfte gesehen. Und jetzt kommen wir zu der Hälfte hier. Dieser Schrank, da stand jetzt gerade noch die Legere oben. mit dem Stativ. Deswegen, der steht normalerweise nicht in meinem Zimmer. Den habe ich jetzt nur in der Zeit hier reingefahren. Weil der ist... Gut, jetzt wäre ich nicht so gut fahrbar. Aber er ist auf jeden Fall fahrbar. Hier kommt dann meine Wohnwand hin, wo ich dann einen fetten Fernseher hier oben habe. Für YouTube-Videos natürlich nur. Es muss auf jeden Fall ein Fernseher sein, mit dem ich mich mit YouTube verbinden kann. Dann auf diesem Ding, da bin ich gerade gesessen. Das kommt normalerweise dann auch raus. Und ich glaube, jetzt kommen wir zur spannendsten Ecke in meinem Zimmer. Und zwar ist das hier mein Desktop oder ja, einfach mein Arbeitsraum. Und zwar haben wir hier einmal meinen Stuhl. Also alle Sachen, die ihr seht, findet ihr unten auch in der Videobeschreibung, wenn ihr genau was durchlesen wollt. Die einzelnen Maße und so weiter und so fort. Hier liegt noch ein bisschen Plastik oben und so weiter. Weil ich auch erst gestern weiter aufgebaut habe. Und zwar sind wir dann hier auf meinem Bildschirm. Und zwar arbeite ich einmal hier mit diesem Computer. Ist wie gesagt auch in der Videobeschreibung. Beste Schule übrigens. Und hier habe ich dann einen 21,5 Zoller iMac. Mein Vater ist aber gerade einkaufen gefahren. Und der möchte diesen iMac haben. Dafür bekomme ich dann einen neuen iMac. Das heißt, es ist ein Upgrade. Und hier steht eine leere, oder? Ja, die ist leer. Eine leere Plengestose. Pff, nice. Ignoriert hier einfach. So, dann haben wir hier einmal dann meinen Computer. Beziehungsweise meinen Bildschirm. Und mit meiner Maus. Aber wenn ihr Lust habt, Leute, dann kann ich auf jeden Fall auch nochmal so ein Desktop-Preview machen. Das Mikrofon übrigens, das ist kaputt. Das funktioniert nicht mehr richtig. Jetzt bekomme ich, glaube ich, am Donnerstag kommt die Lieferung. Bekomme ich dann ein neues Mikro. Und zwar das Rode Podcaster, soweit ich weiß. Hier ist mein Twitter-Account. Hier, so heiße ich auf Twitter. Folgt spielt auch, wenn ihr Lust habt. So gut. Dann haben wir hier meine Softbox und natürlich meine Webcam. Also hier meine Softbox. So eine ganz günstige. Ich meine, sie macht Licht und das ist das, was sie machen soll. Dann habe ich hier noch ein Fenster. Die habe ich übrigens. Den habe ich in Italien aus dem Automaten. Und den habe ich aus Paris. Dann haben wir hier auch noch ein Fenster. Und ja, ich würde eigentlich schon fast sagen, das war es eigentlich von meinem Zimmer. Ihr könnt es jetzt hier nochmal von hier oben sehen. Es sieht kleiner aus, denke ich, im Video. Als hier, ihr müsst euch denken, ist es auch Fischei. Aber auf jeden Fall mega, mega cool. Und ja. So, da bin ich wieder. Oh mein Gott. Jetzt sieht meine Kappe, wo ich schon alle sagen, Thomas, Kappe ist so groß. Sieht ihr im Fischei noch viel größer aus, als sie eigentlich ist. Im Spiegel sieht die ganz normal aus. Aber bei diesem Fischei-Objekt sieht die echt riesig aus. Leute. So, ich würde einfach mal sagen, wenn euch die Roomtour und der erste Teil meines 25.000 Abonnenten-Specials gefallen hat, dann würde ich mich mega, mega, mega mäßig über einen Däumscher doch oben freuen. Außerdem kommen jetzt täglich, versprochen, täglich Vlogs auf meinem Kanal mit der Legre hier. Und ich muss mir angewöhnt, in die Kamera zu gucken und nicht oben in meinen Bildschirm. Und ja, ich würde einfach nur sagen, Leute, das war's. Haut rein, macht's gut. Und übrigens, Leute, was ich noch vergessen habe zu sagen. Äh, danke. Danke, danke, danke. Ich habe noch kein Video gemacht, wo ich mich bedanke. Das wird aber auf jeden Fall jetzt auch noch folgen. Und wenn ihr Bock habt, auf so, wo ich dann auf meine Maus, auf meine Tastatur und Co. eingehe, dann lasst mein Däumchen da, dann sehe ich das. Und dann wird es auf jeden Fall da auch noch so eine Setup-Tour geben. Und ich würde sagen, macht's gut. Und jetzt bin ich wirklich weg. Ciao. Tschüss.